Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ich habe ja gesagt, ich mache noch ein Game. Und jetzt sind hier eine ganze Menge Leute bedrohten Punkten drin und auch zwei Fizz, drei Fizz sogar mit Skin. Wir spielen jetzt gegen Fizz. Und mal schauen, wie das jetzt hier abgeht. Ich werde mal wieder tank gehen, außerdem einfach ein Grund, da das kein anderer machen wird. Und darum finde ich das ganz lustig. Ich habe mir die Mundo-Seiten mitgenommen, also da wird auch ein bisschen tanky mit dabei sein. Ja, und dann werden wir mal hoffen, dass wir das gewinnen hier. Und jetzt warten wir mal auf, wem warten wir denn noch? Wer hat denn noch? Du bist, du, 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 da, ja, ein paar Fizz werden wir hier unterscheiden können, aber ansonsten wird es hier wieder alles gleich aussehen. Es wird ein hartes Gefizz. Piep. Was? So, äh, hallo, ich, ah, jetzt geht's los. Go, go, go. So, wir stoppen wieder mit. Tanky, tanky. Moment, das sind ja AP jetzige. Das sind ja AP. Dann fangen wir mit Relays an. Oh, die Schuhe lasst ich mal noch. Ja, so. Ähm, Fizz springt durch sein Ziel und verursacht bei normalen Schaden. Dreizack. Und verspielte Vertäuschung. Ach stimmt, da kann ich ja so... Verspielt, Schrägstrich täuschen? Okay. Fizz hüpft in Luft und landet geschickt auf seinem Speer, wodurch er nicht mehr als Ziege gewählt werden kann. Dann rammt er sich selbst in den Boden und versorgt bei normalen Schaden. Wird diese Fähigkeiten, Leute? Ah, das ist da. Würde ich mal aus? Das wird hart. Das wird auf jeden Fall physikalisch unmöglich. Hoho, was für ein Witz. Was für ein Joke. Die haben keinen Tank Fizz? Ne, haben sie nicht. Ich hab keine Mana mehr. Oh mein Gott, ich hab keine Mana mehr. Der hat sich geflasht. Meine Lieben, es geht hier wirklich... Aua. Hart zur Sache. Hart zur Sache. Keine Mana. Ich hab keine Pots hier. Man kennt hier nur einige, die... ...wisset ja anders aussehen. Nein, ich bin tot. Da steht Stuf. So schnell bin ich bei mir auch immer nicht gestorben. Na gut, man kann ja nicht immer alles haben, ne? Ähm, nehm ich mal hier und dann nehme ich noch Geschwindigkeitsschule doch mal mit jetzt. Ist vielleicht besser. So, bisschen Geschwindigkeit. Huch, kalt, aufbauen. Kann ich an meinen eigenen Viecher springen? Nee, kann ich nicht, okay. Ah, da, da, da. Treffereffekte löst sich aus. Ah, das klar, okay. Go, go, go. Oh mein Gott. Ich skil mal den Sprung, keine Ahnung warum. Hilfe. Nein, kann ich ja nicht leiden. Kann ich ja nicht leiden. Okay. Haier kann ich schneiden. Also wenn die Haie jetzt hier anfangen, haben wir gerade so vorgestellt, wenn man Mordekaiser auf der Map spielt, dass es ja mega abgehen muss, weil ja, der Mordekaiser, wenn er jemanden tötet, eine Kopie von dem Typen machen kann. Dadurch müsste das jetzt theoretisch mega abgehen. Aber die Gegner ist auch schon fisse, fisse und serger. Deswegen müssen wir uns hier mal ein bisschen zusammenreißen. Farben einfach mal ein bisschen. Weil das da momentan eh keinen Sinn macht. Gegen die, die sind wie zu stark. Ich habe drei Farben. Ich bin so crazy. Ich bin so crazy. Crazy, crazy, ich bin so crazy. Okay, die hüpfen viel mehr als wir. Das müssen wir ändern. Ich bin so crazy. Das ist jetzt einfach ein Hüpf-Säpf-tsch. jetzt habe ich auch den fisch ich werde ich habe alle fische auf einen tüten setzen müsste theoretisch eigentlich ich bitte mich bitte müsste theoretisch mega effekt haben das ist meine urgie gewesen Oh, jetzt farme ich. Oh, da ist wieder einen für seine Ult. Den Typ da mit der Kappner, den wollen wir ulten. Na, werden wir seine Ult auch nicht einsetzen. Oh, ja, ja, ja. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ah, 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 fiss. So, da habe ich wieder leben. Da stoppt aber gleich ein Fiss. Oh ja, der stoppt. Was war klar? So. Oh mein Gott. Das war ja, das war Knapty, Knapty. Ich müsste vielleicht, oh. Ich müsste vielleicht irgendwie in den gegnerischen Tower reinrennen, ohne dabei gesehen zu werden. So, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich wurde noch nicht angekühlt. Ich habe auch eingekühlt. Nein, das war so klar. Okay, gut. Dann haben wir jetzt aber unser erstes Item. Und wir haben sogar noch genug für das nächste und das wäre in diesem Fall jetzt auch Benji's Vale, was ich mir vorher nicht gekauft habe. Also in der letzten Folge, wer das gesehen hat mit den Yasu. Da wollte ich mal das Benji's Vale holen, habe mir gedacht, ich lasse es doch lieber bleiben, weil wir ja keine AP-Yasu sind. Da haben wir aus Schleider Todesfee, Leben und Magieresistenz. Sollte eigentlich mega gut sein. Gegnerische Fizz haben noch nicht erkannt, dass ich ein Tank werde. Finde ich gut. So wird es vielleicht zu spät für zu sein, wenn es das Raffen. So, jetzt habe ich nämlich schon ordentlich Tanki Fähigkeiten. Oh, das Poru, das Poru, das Poru. Hallo, ich fülle den Poru gerade. Fiat Poru. Fiat Poru, Alter, ist das geil. Oh, der Poru ist so geil. Oh, der Poru ist so geil. Ich dachte, ich fiss dich. Loll, Loll, Roffe, XD und so'n Zeug. Fiat, Dis, Poru. Oh, der Poru wird auch auf Lebensgefahr hin gefieldet. Ich will nicht sterben, nein. Gib mir doch mal ein Heal. Nein, gib mir nicht. Fiss, Fiss. Ich bin ein Tank, ich brauche die Heals. I am tanky Fiss. Was? Oh, das habe ich in der Auszeit geschrieben. Immer noch 300 Leben. Manche Fiss rennen da vorne mit weniger Leben rum. Ah, Moment. Ich habe was gekillt, glaube ich. Ich habe nichts gekillt. Ich habe nichts gekillt. Ich habe nichts gekillt. Ich dachte, ich habe was gekillt, schade eigentlich. Die Lander verlieren jetzt auch Tanky, muss ich sagen. Nö, nicht wirklich. I am Tanky Fiss. Yeah. Boah, der hat irgendwie mal Power, der Fiss. Und, ah, das läuft nicht gut. Uuuuui. Dann Fiss. Dann Fiss. Dann Fiss. Okay. Das ist kein Team. Aber ich sterbe momentan wieder am wenigsten. Das ist cool mit dem Tanky Fiss. Gefällt mir. Jim, 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 Jom. Ich bin das Tanky Fiss. Go, go. Nice. Ja, vorkass mich ruhig, ist mir auch egal. so da haben sie mich gefokust ich habe den tank rausgenommen ich war da am besten auf das fände spiel jetzt dann komme ich mit dem leben zurück 100 leben noch mal dazu den bonus ist da gibt es ein ad fürs über alle abgabe nicht denken gleich gehen das ist lustig ein verbündeter wurde getötet jetzt ein kunst getrieben 15 zu 99 genau den tank ich weg du kannst aber wissen du wirst getankt so jetzt weg gehen jetzt ja los komm jetzt doch kriegt ja nichts gegen meinen schild ist geil ich hab gleich wieder meinen schild moment und da habe ich wieder meinen schild äh habe ich nicht nice ein gegner wurde getötet wenn wir mal die hilfe die wirklich noch dass der platz aber leider kein buch ist gerade da habe ich wieder 1,2 k einfach nur was die meisten für sie einfach mal so haben ja 1,6 haben die meisten solche leeren fitzen sollte man immer fokussen auch das geht gerade nicht gut erhöhte mann zum beispiel erfahrungs gewinnen seine heile effekte festgeschickt erlaubt dass sie sich durch einheiten zu bewegen und zu leute ich kann mich für geil fürs kann sich durch einheiten bewegen das ist lustig das ist ihnen jetzt halt lustig jeder hat seinen erwischt von uns einem von unseren hat es erwischt dann kriege ich meinen schutz wieder ich glaube nicht in den kampf geraten sonst kriege ich meinen schutz nicht und da habe ich ihn wieder tis rullt hier ist gerade ich da das war nicht so dabei ist halt schluss oh mein gott und das sterbe ich aber ich kühle noch nicht kühle kein aber ich habe es gemacht passt auch so dann hole ich mir mal noch das ding da das sieht auch gut aus ihr werdet bis zu zehn sekunden lang nachdem ja das ist gut dann auch das tank item natürlich dazu die ist aber nie im chat bei dem bei dem modus ich kann nicht darauf achten money shooter kail dung und hat money shooter getötet kalle kalle kungen alter ein bis mit 3k das ist so heftig war Mein Life! Das gab's doch nie, ey! Tankfist! LOL Das! Das Fist! Tötet er es, bevor es... ...bevor es Fist erlegt! Ich mach's doch keinen Schaden, aber ich renn einfach rein, ne? Er hat schon irgendwas tun! Ich hab's doch keinen Schaden! Woah, Life! Bam, bam, bam! Ähm, ist er doof, wenn man... ...kein, kein Nebenaktiv, ne? Schade, ich dachte, ich kill ihn noch. Aber vielleicht killt ihn mein... Ne, schade. Wär zu schön gewesen. Aber jetzt gibt's ja noch mehr! Jetzt hab ich ja noch mehr Leben und noch mehr Magieresistenz! Es wird immer krasser, ey! Ohne Mist! 3200 Leben! 170 Magieresistenz! 170... ... 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 Oh, jetzt komme ich. Ulti... und rein da! Komm, komm! Fiss rein! Like this, Fiss! Irgendwie, dass es mir einfach mal keinen Schaden macht. Okay, go, go, go! Ja, die Ul, die hat mir mega verkackt. Die sind nicht an, rennen und fokussen. Oh, schade. Das ist krass. Okay, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch nehmen? Wir können noch, ähm... Ja, hier haben wir auch noch das Item hier. Das geht doch auch noch. Dann holen wir aber erstmal den Tankiness. Obwohl, ne, dann hole ich mir erstmal noch mehr Magieresistenz, dann hole ich mir das da noch. Obwohl, ne. Ne, 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 ne. Tankiness. Ich denke, es ist was. Äh, jetzt komme ich also mit 3,5k zurück. Die Fiss, die werden sich umschauen. Das ist einfach zu heftig. Ach, da geht der eine... Der Hodor. Der Hodor. Er ist im Hodor. Ah, der kommt ab mich. Okay, der wäre auch Tankiness. Um einen gewissen... Gegeneffekt zu haben. Ideen. Oho... Gosh, woran Sie? Oho. D Personen, wir versuchen, sie zu sein. Oho,ける. Hey frenzy people. Ich وجu monst ! Deralarıicios ist. So. Da bin ich gerade im Blutrausch. Mit immer noch tausend Leben. Geht das ja auch mega ab. Ist jetzt ehrlich gefokust. Naja, noch nicht ganz. Kommt ruhig her. Ich führ's euch an. Bam, drauf. Go, 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 go. Boah, da bin ich nochmal rausgekommen. Da habe ich gekillt. Und stirbt er, stirbt er. Ja, er stirbt da. Ui, dreifach Tötungen hat er gekriegt. Tisch ist nice. Aber jetzt komme ich zurück, mein Lieber. Mit 200, fast 4000 Life. Und dann hole ich mir noch Warm Warps. Das muss ich mir geben. Dann komme ich mit 5000 Life da. Das muss ich mir einfach geben. Don't end it. I will buy Warm Warps. For 5000 Life. Ich bin mal der übelste Fizz Terminator. Guckt mein Lieber als Fizz an, ey. Das hat es noch nie in dem Spiel gegeben. Und ich nehme es auf. Und ich habe auch noch einen guten Score dafür, ey. Fizz, der Ultimate. Den hole ich mir. Go, 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 go. Hopp. Und. Ulti, ulti, ulti. Und. Oder Deathwood. So. So. Ja, du kannst dich nicht fielen da drin, ne? Ist doof. Ich will das auch nicht beenden. Habe ich den gekillt? Einen habe ich gekillt, auf jeden Fall. Hoffentlich beenden die das jetzt nicht. Ein Verbündeter wurde getrinket. Ich hätte mir nämlich gerne noch... Nein, ich wollte mir noch Warm-Obs kaufen. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Naja, war trotzdem ein gutes Game mit Fizz Tank. Ich hatte 1k, ich habe mir jetzt noch 500 Leben leisten können. Ja, haben wir also einen Tankisch Schokolade dahin gelegt. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht nehme ich gleich noch eins auf. Ich weiß nicht, ob sie hintereinander veröffentlichen oder nicht. Wir werden es sehen. Okay, bis dann. Adios.